Ja, aber die Highlights werden wahrscheinlich erst am Wochenende oder so erstelle ich die, also gib mir ein bisschen Zeit und Luft. Ich bin morgen den ganzen Tag unterwegs, muss ich eh noch gucken, welche drei Videos ich auf geplant schalte. Weil ich hab jetzt auch gerade kein Disgaier aufnehmen können, weil das wollte Karuka mitkommentieren, obwohl ich das eigentlich jeden zweiten Tag bringen wollte. Muss ich können gucken. So, jetzt aber. Ohne jemanden zu rammen, ey, komm schon. Fakta, Police, Fakta. Awesome. Wie soll ich die abhängen? Ey, komm schon. Fucking Polizei. Also einen Versuch gebe ich mir danach, dann mache ich mir eine andere Mission, ey, wenn das nichts wird. Ich sehe gerade in meiner Vorschau, kann es sein, dass das gerade übelst zerkrisselt ist in irgendwelche Pixel bei euch? Yes, ich hab die Cops abgehängt. Scheiße, mein Wagen ist fast Schrott, jetzt muss ich ganz vorsichtig fahren. Oh, was, ich hab noch, ich hab noch fast zwölf hundert Meter, noch 1,2 Kilometer bis zum Ziel zu fahren. Fuck. Oh, das wird, das wird jetzt so übelst knapp, ey. Scheiße. Jetzt hab ich geschafft, die Cops abzuhängen und jetzt schaff ich's nicht ins Ziel. Okay. Oh, fuck. Halbe Minute. Das wird, das wird, das wird jetzt knapp. Ich nehm jetzt den Expressweg. Dude. Oh, Gott. Nein, nein, du. Fuck. Okay, dann hab ich falsche Kilobyte eingestellt. Muss ich das nächste Mal besser machen. Fuck. Das ist halt Streamqualität, keine Livestream. War schon bei Hitman Sands auch so, okay. Da ist es mir aber nicht so extrem aufgefahren, wie jetzt, wie bei Driver. Komm, ey, den hab ich gleich wieder abgehängt. Nein! Da kommt der nächste Cop. Fuck, 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 fuck. Oh, ey. Das ist ein asozialer Verkehr hier. Naja, aber dafür läuft's immerhin flüssig, das ist auch etwas. Aber ich hab, ich hab gesehen bei meinem Test von Just Cause 2, die ich da hochgeladen hab, das war bei mir im Stream übelst verkrisselt, aber YouTube hat das irgendwie voll geglättet. Also, hab ich da mal was richtig gemacht, bei so viel Fails, die jetzt noch anstehen, wenn ich da nur an dieses kotzige Layout denke, was da jetzt kommt. Drifting! In deinem Face, ey. Komm schon, jetzt hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Abeliever kann fly, ja, abeliever, abeliever, abeliever. Komm schon. Den hab ich gleich abgehängt, mein Wagen ist noch ziemlich gut im Zustand. Zehn Sekunden. Oh, scheiße, nein, nein. Ich hab den so abgehängt. Nein. Fuck. Darf ich in die Kopf rein shiften? Na, das wär ja zu einfach. Hallo, ich hab vergessen, wie der Vorwärtsgang geht. Ist eigentlich Steve noch da? Mein Co-Moderator. Fuck. Ey, das ist so übel Chaos. Come over here. Genau. Fährt nur noch Scorpions Speer. Ey, ich hatte sie eben fast abgehängt, ey. Guckt doch mal, was ist das für ein Asi, der da hier die ganze Zeit mir am Heck klebt. Oh, shit. Jetzt hat mich aber der Ehrgeiz gepackt. Ich mach's noch einmal. Du bist so ein Kunde, ey. Das ist auch irgendwie so komisch, übrigens zum Thema Livestream. Wieso streamen Gronkh und Co. auf MyVideo? What the hell? Das ist so eine schlechte Plattform. Twitch oder alles andere ist weiteres besser. Ich werd wönig. Fuck it! Immer dieser scheiß Gegenverkehr. Also ich bin ja der Geisterfahrer. Stimmt. Ahahahahaha! Das bringt mich gerade auf eine Idee. Wenn ich aber shiften darf während der Mission, mach ich jetzt mal einen Test. Ich verstehe. Wo ist mein Wagen hin? Du bist doch ein Hund, ey. Jetzt ver... Geier dich mal jetzt. Oh nein! Ich wollte dich in den Bus shiften. Oh, das darf doch nicht wahr sein, ey. Ja, Rätsel, ja. Geld, 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 Geld. Äh, worauf bezieht ihr euch gerade? Weil wegen den... Ha, weder aggressiv und böidisch. Fuck, fuck, fuck. Komm, komm, komm. Drei Sekunden. Bitch! Okay, ich hab die Kops abgehängt. Och komm, verarsch mich doch. Ey! Verarsch mich! Der Kopp hat mich angefahren. Was? 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 Ich hätte die Mission eben geschafft, du Scheißkopf! Warum hast du das getan? Ich hau es ins Kicke! Äh, 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 äh. Ach, ich mach eine andere Mission. Aber ich hab' ich Aggressionen und dann werde ich verhütig. Ich glaube, ich muss das mal als 100% Run Let's Plane irgendwann, Driver, ey. Mit solchen Missionen, ey. Oh, die Scheiße, ey. Ich will keine Story-relevante Mission machen. Ich will eine Nebenmission machen. Die sind nämlich die, die immer so viel Fails Achso, es ging um den Livestream von meinem Video. Hallo? Ach, ich bin nicht. Das ist auch wieder so typisch Fail. Guck mal, ich bin in die Richtung geschifftet, aber die Nebenmissionen sind genau in der anderen Richtung. Oh, fuck it. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Mist? Oh, fuck. Nee, es hing gerade nicht. Das war ich selbst. Wenn ihr denkt, wenn ihr denkt, dass das eben sich aufgehängt hat, ich war das. Ich habe einen Anfall gekriegt. Und habe die ganze Zeit einen denselben Scheiß wiederholt. Ach. Ich habe mich aufs Spiel aufgeregt. Mach eins über die Baybridge, what? Okay, das spielen wir mal. Das kenne ich nicht. Nein, es hing gerade nicht. Ich habe, wie gesagt... Oh nein, die Mission kenne ich auch. Die ist ja nur genauso schlimm. Da muss ich auch schon wieder die Kopf abhängen. Ich habe diesmal keinen Drift und kein Nitro und gar nichts. Oh, fuu. Da habe ich mir auch schon die Zähne ausgebissen. Wobei, hier muss man die Kopf nicht abhängen. Man muss nur ins Ziel fahren. Was ist da los? Ey, Opferlahn. Was geht? Ich mache dir dann mit einer Beulerei. Verzieh dich. Nein. Nein. Okay, also bei dieser Mission muss ich durch alle Torbögen fahren und ins Ziel kommen heil. Und das Problem ist entweder die Zeit oder die Cops verhindern es hier. Hier darf ich noch nicht mal shiften, ey. Das ist so ein Driss. Das ist so richtig pure Driver Mission hier. Oh, fuck. Okay, also meine Stimme geht langsam wieder ein bisschen. Ich versuche diese Mission noch und dann machen wir vielleicht noch was anderes. Und dann gucke ich mal, ob ich die Qualität noch ein bisschen anschrauben kann. Ohne, dass es zu laggy wird. Sollte eigentlich machbar sein. Weil das Testvideo war ja eigentlich auch okay, was ich da hochgeladen habe. was ich da hochgeladen habe. Fuck it. Nein. Okay, das war ein bisschen das war. Was geht ab? Ich schwör. Ey, die wollen tanzen, so Boilerei. Ey, so drücken. Ey, was ist los? Mach du so Bandhandteil oder so? Was geht mit dir? Opfer? Alter? Ich schwör. Du hast ein krass gesich gehabt. Du hast dich gedacht, du machst den Gritsch. Den gibt gar nicht. Ich sitze dir rein, Mann. Ich sitze dir rein. Yes. Gib Gummischungi. Oh, da steht, 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 Ah, jetzt geht's doch. Oh, was geht ab? Was geht ab? Oh, da. Was ist passiert? Ja, wenn du jetzt schon wieder pissen warst, also irgendwie dieser Sino, Simon, Simon, ach, das ist der Simon. Ach, du Scheiße. Leute, ihr begrüßt mal diesen Simon hier im Chat. Das ist der kleine Bruder von Tobias und Marcel, die mit mir New Super Mario Brothers we let's playen. Beziehungsweise let's playt haben. Das ist ja schon fertig aufgenommen. Der Simon, was passiert, ey, Opfer? Alter. Der geht gar nicht. Fuck it. Ich hab nur noch ne knappe Minute, gleich. Du bist so ein Assi. Du bist so eine... Äh! 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 Wieso? Spiel! Ich hab so keinen Bock mehr auf Driver jetzt, ey. Ich hab so Aber wer sagt, das ist die T3? Oh, das ist eine Scheife. Ich äh! Ich Oh! 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 Fuck! Fuck! Einfach nur fuck! Ich weiß, was wir jetzt spielen. Jetzt muss ich nochmal Steam starten. Achso, das kann ich nicht anschließen. Ich höre auf Koran. Mit der... Jajajaja. Jajajaja. Okay. Okay. Ich weiß was... Doch, ich weiß was wir jetzt spielen. Das wäre auch lustig. Ich schwöre auf Koran. Sehr gut. Ihr habt manchmal Einfälle, Jungs und Mädels. Ja, ich hab's jetzt erst gemerkt. Ich war die ganze Zeit auf den Chat konzentriert.